Heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht Shiny Visor oder Shiny Visenior fangen könnt. Dazu begeben wir uns zum Pfad des Tanzes, hier unten ungefähr hin. Oder wir begeben uns zum Apfelhügel, hier wo der Gruff-Auflauf ist. Als nächstes speichern wir das Spiel und dann machen wir ein Picknick. Wir wollen möglichst einen Visor- oder Visenior-Auflauf generieren, deswegen machen wir einen Begegnungskraft-Level 2 Normal-Sandwich. Oha, hier ist Legenden-Treff. Dazu benötigt ihr 6x Reis, 1x Mayonnaise, 1x Salz, Reis auf Reis, das ist natürlich ein geiles Sandwich, einfach nur Reis mit Mayo und Salz. Mmm, das nenne ich einen Schmecker. So erhaltet ihr Begegnungskraft-Level 2 Normal. Nun resetten wir das Spiel mit der altbekannten Methode. Ihr geht aufs Home-Menü, Systemeinstellungen, Konsole und tauscht Datum und Uhrzeit. Und zwar reicht euch, wenn ihr eine Stunde zurückstellt. Und schon sind neue massive Aufläufe generiert. Das wiederholt ihr jetzt so lange, bis euer Visor- oder Visenior-Auflauf dabei ist. Habt ihr dann schlussendlich euren Auflauf, dann machen wir ein weiteres Sandwich. Wenn ihr die Schillerkraft erhöhen wollt, ihr könnt natürlich auch erstmal 60 Visor besiegen und gucken, ob da schon eins dabei ist. Falls ihr euren Shiny Hand noch mit Geheimgewürze unterstützen wollt und die Schillerkraft erhöhen wollt, dann machen wir wieder ein Picknick und belegen unser Sandwich mit folgenden Zutaten. Eine Tomate, eine Zwiebel, eine grüne Paprika, eine Frikadelle, sowie zweimal Tofu und zwei beliebige Geheimgewürze. So erhaltet ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 Normal. Seht sie euch an, diese süßen kleinen Dinger. Wer will nicht ein Shiny Visenior haben? Dann zeige ich euch jetzt noch ein Spot, wo ihr Visor nahezu Single-Encountern könnt. Ihr fliegt am besten zum Gefährtenplatz. Und zwar hier. In der Nacht spawnen ihr ausschließlich Visor. Am Tag kommen noch Staralili dazu. Also am besten macht den Hand bei Nacht.